Jeder Mensch ist in der Lage, Ideen zu entwickeln oder Gedanken oder Lösungen. Das kann jeder. Manchen hilft dabei der Druck, der zeitliche Druck. Manche tun sich damit schwer und blockieren, aber es ist noch nie in einem Workshop jemand ohne eine Idee rausgegangen. Hallo, das ist Learning Architects, der Podcast zur Gestaltung von Lernen von mit mir, Jadis Dörner. Ja, ich freue mich heute, als meinen Gast Hannes Meinhardt hier zu haben. Er ist Designer und Design Thinking Coach. Du arbeitest auch im Bereich Motion Design. Und du hast immer, wenn du dich vorstellst, so einen wunderschönen Satz, wo du so sinngemäß sagst, ich helfe irgendwie anderen Menschen dabei, tolle Produkte zu kreieren. Vielleicht magst du den kurz selbst sagen. Ja, hallo, danke für die Einladung, Jadis. Ja, ich bin Hannes und ich unterstütze Organisationen und Teams dabei, Probleme zu erkennen und daraus Lösungen in Form von Produkten oder Dienstleistungen zu entwickeln, zu testen und an den Markt zu bringen. Und das mit dem Designer und Motion Designer, das steht noch bei LinkedIn wahrscheinlich irgendwo, hat sich in den letzten Jahren aber so ein bisschen ausgeschlichen und die Rolle des Design Thinking Coaches ist mehr in den Vordergrund gelangt. Wir zwei kennen uns vor allem ja auch aus dieser Rolle des Design Thinking Coaches, weil wir hin und wieder Projekte zusammen machen. Also auch du hilfst uns und also mir und meinem Team dabei, in Bildungsprojekten mittels des Ansatzes Design Thinking tolle neue Bildungsangebote zu kreieren. Und in diesem Podcast, der sich Learning Architects nennt, habe ich immer so etwas Kleines vor mit meinen Gästen und zwar entwickeln wir ganz spontan gemeinsam ein Lernangebot. Das heißt, wir haben heute überhaupt keine Zwänge, es soll eher total kreativ und entspannt zugehen. Die einzige, ja quasi Bedingung, die wir haben, ist, dass wir das gut finden, was wir entwickeln und für richtig und passend für diese Zielgruppe und für das Setting finden. Alles andere haben wir diesmal mal nicht, weil gerade wir im Bildungsbereich haben ja das ganz oft das Problem, dass, ja, die finanziellen Mittel nicht ausreichen oder dass wir sehr kurze Projektlaufzeiten und so weiter haben. Und all das haben wir hier mal nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, das könnte ich mal in meinem eigenen Podcast tatsächlich mit meinen Gästen tun. Gute Idee. Ich freue mich drauf. Sehr schön, dass du dich auf dieses Experiment einlässt. Und ich dachte, weil wir ja wahrscheinlich was mit Design Thinking machen, lass uns thematisch etwas ganz Schwieriges nehmen, weil ja auch Design Thinking als Ansatz so ein bisschen dafür bekannt ist, dass man damit besonders komplexe und schwierige Probleme lösen kann. So steht es immer auf den Buchcovern. Was würdest du sagen? Ja, also das Design Thinking hilft dabei, verschiedenen Nutzer und deren Probleme anders zu beleuchten oder die Probleme mal anders zu betrachten und anders auf Probleme zu kommen. Aber vielleicht probieren wir es am besten auch einfach jetzt live hier aus. Das sage ich dann auch immer den Teilnehmenden, meinen Klienten und Klientinnen. Learning by doing. Lass uns ausprobieren. Du, ich habe mir etwas überlegt, das ist so ein bisschen Worst-Case-Szenario schon fast für den Herbst, habe ich so gedacht, jetzt in der Vorbereitung. Ich dachte, wir greifen noch mal das Thema auf, was vielleicht schon ein bisschen abgelutscht ist, das Thema Corona-Pandemie. Aber irgendwie beschäftigt mich gerade das Thema, was ist, wenn wir im Herbst oder im Winter, wir werden es sehen, einen weiteren Lockdown haben. Also so ein bisschen als Bildungsszenario, wie können wir Erwachsene darauf vorbereiten, in einen weiteren Lockdown zu gehen und das möglichst mit vielleicht ein bisschen weniger Stress, als wir das beim letzten Mal erlebt haben. Wollen wir das mal nehmen? Ich bin noch gespannt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ob das noch aktuell ist. Aber ich dachte, es ist vielleicht was, was viele beschäftigt und was schwierig genug zu lösen sein könnte, um es hier mal auszutesten. Klingt schwer genug, let's go. Okay, lass uns dieses Thema nehmen. Jetzt habe ich gesagt, Zielgruppe Erwachsene. Wir können das gerne noch ein bisschen eingrenzen, wenn du es magst. Bitte immer zuspitzen, das empfehle ich auch immer allen. Versucht es nicht richtig für jeden zu machen. Jedes Zielgruppensegment hat eigene Probleme, eigene Pains und Gains. An welche Zuspitzung denkst du? Ich habe an etwas gedacht, damit wir es hier auch ein bisschen durchspielen können, wo wir beide auch Teil davon sind, nämlich… Millennials. Ja. Ich dachte noch spitzer, Eltern. Okay, ja. Helikopter-Eltern. Und welches Sinusmilieu? Sind wir Teil der Helikopter-Eltern? Wirst du wirklich das Sinusmilieu nehmen? Nee, so spitz muss man jetzt für die Übungen nicht machen. Dann lass uns Eltern nehmen. Eltern mit entweder Kindern in der Kita oder in der Schule. Alleinerziehend oder als Paar? Spannende Frage. Vielleicht nehmen wir die schwierigere Zielgruppe. Also die, bei denen am meisten geholfen wäre, wären wahrscheinlich Alleinerziehende. Glücklicherweise können wir uns da nicht so hineinversetzen, aber wir kennen ja Betroffene. Ja, dann lass uns die nehmen. Alleinerziehende Eltern mit einem Kind in der Kita. Im ländlichen Raum oder im urbanen Raum? Vielleicht ländlich? Alleinerziehend, eine alleinerziehende Mutter im Kühlfäuser-Kreis, wo um acht die Bordsteine hochgeklappt werden und die Infrastruktur, ja, noch ein bisschen hinterherhinkt, dem Tempo von Berlin. Ja, genau. Das sind unsere, das ist das Setting, was wir haben. Wenn du jetzt als Design Thinking Coach, ne, in deiner Rolle da dazukommst, also mit was fängt das an? Im ersten Schritt würde ich jetzt sämtliche Annahmen, Hypothesen zu der Zielgruppe sammeln. Also erstmal eine Nutzer, also keine Marketing-Persona, sondern eine Nutzer-Innen-Persona ausfüllen, mit eben, welche Jobs hat sie zu erledigen im Kontext. Der Kontext ist jetzt dritter, vierter oder fünfter Lockdown. Kind ist aus der Kita rausgenommen. Also ich sitze im Kühlfäuser-Kreis in meiner Zweiraumwohnung allein mit meinem Kind und muss versuchen, meine Arbeit noch auf die Reihe zu kriegen. Wahrscheinlich so grob. So das Setting, da ein bisschen Fleisch um die Knochen machen. Ja, da gibt es, weiß nicht, wollen wir da richtig tief in die Modelle reingehen? Ja, also vielleicht können wir so ein, zwei mal benennen, um so Beispiele, dass man sich das ein bisschen plastischer vorstellen kann. Also ein Modell ist auch so dieses Fischgräten-Modell, was ich immer gerne nutze, um erstmal Hypothesen und Annahmen zu sammeln. Sich überlegen, wie ist der Kontext, wie ist das Umfeld? Welche geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln gibt es in der Beziehung Mutter-Kind? Welche Personen sind eigentlich noch beteiligt? Ja, das könnten dann eben die Arbeitnehmerinnen sein, Arbeitgeberinnen sein, Hausmitbewohner, Freunde, Familie, der Kindsvater etc. Sämtliche Personen sammeln, die da so in dem Umfeld auftauchen können, um dann abzuleiten, was daran eigentlich anstrengend sein kann oder wo da Probleme liegen können. Um daraufhin eben sich so eine Art Fragen-Landkarte zu bauen und nämlich den allerwichtigsten Schritt, der nicht oft genug hervorgehoben werden soll, dann so schnell wie möglich sich vom Whiteboard lösen und sich mit den Menschen tatsächlich auseinandersetzen, also zu den Menschen am besten hingehen, sich in den Kontext begeben, wo auch die Menschen sind, mal einen Tag verbringen mit einer alleinerziehenden Mutter oder einfach mal selber mit einem Kind versuchen, einen ganzen Tag in einer Zweiraumwohnung rumzubringen und versuchen zu arbeiten, so sich quasi in die Schuhe der Zielgruppe begeben. Und da lernt man ganz, ganz viel, wird lernen, dass viele der Hypothesen, die man da aufgestellt hat, falsch sind und das ist auch das Gute. Man will lernen und einfach das gutes, validiertes Profil der Zielgruppe erstellen und eben auch die wichtigsten Probleme rausziehen. Menschen sind ja so ein bisschen verschieden. Was würdest du sagen, wie viele verschiedene Personen müsste man sich anschauen, um so ein ganz gutes Bild zu haben? Je nachdem, in welches schlaue Buch man guckt, aber ich würde danach gehen, dass man schaut, dass man von einer Zielgruppenart, also einem, man könnte es in Sinusmilieus eingrenzen, mindestens mal mit sechs, so sechs bis zwölf sprechen und dann sollten sich daraus schon Muster herausgeben. Und also unter sechs würde ich ungern die Projekte loslaufen lassen. Es hilft natürlich auch im Vorfeld schon, so eine Desktop-Research zu machen, indem man auch sich Statistiken anschaut, was gibt es für Papers über die Zielgruppe etc. Da kann man auch schon ein Gefühl kriegen oder eine Datengrundlage und das dann mit qualitativen Gesprächen unterfüttern. Das ist auch immer ganz hilfreich, wenn man sich erst mal so den quantitativen Datenschatz anschaut, den es gibt und sich dann mit den Menschen hinsetzen, weil mit diesem qualitativen Research kann man dann eben nach dem Warum fragen. Also das Quantitative sagt einem, was die Probleme sind und beim Qualitativen kann man fragen, warum ist es eigentlich so? Und dann wird es interessant. Das heißt, eine ganz spezielle Eigenheit von Design Thinking ist es eigentlich im Kern, sich zuallererst mit der Zielgruppe zu beschäftigen, oder? Das ist immer dieses Mantra, NutzerInnen-Zentrierung, absolut. Und das am besten Fall engmaschig in jedem Schritt. Also dann auch nicht nur sagen, wir machen mal ein Discovery-Interview, sondern auch in der Ideenfindung, in der Ideenentwicklung, beim Prototyping und beim Rollout immer die Zielgruppe eng einbinden. Und wenn ich jetzt alle Informationen zusammengesammelt habe, dann packe ich die in dieses Fischgräten-Modell, was du sagtest. Warum heißt das Fischgräten-Modell? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo es herkommt. Das ist, glaube ich, aus einem Agile-Kontext, weil es einfach nett aussieht als Spielplan, würde ich mal sagen, von meinem ersten Arbeitgeber, wo ich das da gelernt bekommen habe, Shoutout an Verwegner und Trefflich. Da wurde es immer 8P-Ishikawa genannt. Und ich habe es immer mal gegoogelt und das in unterschiedlichen Ausführungen gesehen. Und ich meine, jedes Modell, jeder Spielplan ist nur ein Vorschlag, den man sich so biegt, wie man ihn am besten dann selbst nutzen kann. Und ich habe mir den so zurechtgebogen, eben mit Leitfragen zum Kontext, zu Objekten, die im Kontext stattfinden oder Handlungen etc. Okay, das heißt, wir sind jetzt an der Stelle angekommen, dass wir relativ gut über unsere Zielgruppe Bescheid wissen. Wie geht es jetzt weiter? Dann nimmt man sich am besten nicht allein, sondern mit einem Team diesen Schatz an Wissen an und priorisiert und hierarchisiert und überlegt sich, welche Probleme konnten wir validieren. Also wo hatten wir Recht in unseren Annahmen, dass jetzt zum Beispiel Lautstärke oder Langeweile ein Problem sein könnte. Wenn wir jetzt sagen, Langeweile beim Kind ist ein Problem, sind mit der Hypothese reingegangen. Und 10 von 12 Müttern haben uns das bestätigt, in einer natürlich offenen, nicht geframten Fragestellung. Das ist eben auch ganz wichtig zum Thema Interviewführung, kann man auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Das machen wir vielleicht. Ja, sehr schön. Genau, dann sich eben anschauen, was glauben wir, welches Problem sollten wir angehen? Mit welchem Problem hätte unsere Zielgruppe wirklich eine Erleichterung in den Aufgaben, die sie hat? Ja, und das kann man in einem am besten interdisziplinären Team, am besten hat man noch vielleicht Psychologen oder Pädagogen mit im Team dabei, dass es nicht nur Designer und Entwickler sind, sondern eben auch nicht nur Betroffene, sondern auch Menschen, die mit Betroffenen arbeiten oder für Betroffene arbeiten. Und ja, da gemeinsam draufschauen und die bunten Klebepunkte rausholen. Oder eben eine Matrix packen von nach Impact und Aufwand zum Beispiel. Also wie aufwendig wäre es, das Problem zu lösen? Oder wie häufig kommt das Problem vor? Und wie gravierend ist das Problem? Das wäre wahrscheinlich die sinnvollere Matrix in dem Fall. Und dieses Problem schnappen wir uns dann und entwickeln Ideen dafür? Noch nicht ganz. Dann schnappen wir uns erstmal und dann kann man sich erstmal freuen. Cool, wir haben das Problemfeld scharf eingegrenzt. Wir haben eben den Discovery-Raum zugespitzt und können jetzt oder den Problemraum und können jetzt gleich vom Problemraum in den Lösungsraum geben. Und da gibt es dann noch eben dieses Schlüsselmomentum, die Wie-können-wir-Frage basierend auf dem Problem eine offene Fragestellung formulieren, mit der man dann in die Kreativität gehen kann. Und ja, da sollte man auch aufpassen, dass die nicht zu weit und nicht zu eng gefasst ist und ganz wichtig auch noch keine Lösung impliziert. Und können wir vielleicht an unserem Beispiel mal eine Wie-können-wir-Frage formulieren, damit man sich vorstellen kann, also ich frage mich manchmal, wofür wir diese Frage brauchen, aber wahrscheinlich damit es im Endeffekt dann einfacher ist, Lösungen zu finden oder? Genau, die Frage dient dazu, eben in Lösungen zu denken und auch neue Lösungen annehmen zu können und nicht gleich wieder auf die eine App zu schauen. Das machen ja Digitalagenturen immer ganz gerne. Das ist im Endeffekt, wenn man nur, wie ist das, wenn man nur Nägel hat, ist jedes Problem ein Hammer. Nee, andersrum. Wenn man nur einen Hammer hat, ist jedes Problem ein Nagel. Ja, genau. Und da wird dann immer gerne gleich ein digitales Angebot vorgeschlagen, aber wenn wir jetzt sagen, in einer Zweiraumwohnung bei Langeweile kann es vielleicht auch ein anderes Angebot werden. Haben wir uns auf dieses Problem aligned, auf dieses unvalidierte Problem? Oder fällt dir noch was Gravierendes ein? Nö, lass uns das ruhig nehmen. Also Langeweile beim Kind, hat man ja gesagt. Genau, weil dadurch höchstwahrscheinlich bei der Mutter Aufgaben auflaufen werden, die in Stress und in Problemen sich ausufern können. Und da hilft es immer bei so einer Wie-können-wir-Frage, solche positiven, aktivierenden Verben zu benutzen, wie so unterstützen, befähigen, helfen. Also wie können wir jungen, alleinerziehenden Müttern im ländlichen Raum dabei unterstützen, die Langeweile von ihrem Kind aufzufangen oder der Langeweile von ihrem Kind zu begegnen, damit, und jetzt kommt eben noch das Problem, was wir da adressieren, damit die Mutter Zeit zum Arbeiten hat und das Kind weniger gestresst ist. Zum Beispiel, also es ist jetzt noch unrund und das ist jetzt gerade so hingefreestyled ins Mikrofon hier. Normalerweise nimmt man sich für den Schritt auch mindestens mal eine halbe Stunde Zeit mit dem Team zusammen. Und dann wird es auch ein bisschen runder. Ja, aber ich glaube, hier für uns können wir erstmal damit arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt die große Frage, mit der wir weiterarbeiten. Und jetzt würde es in die Kreativphase gehen, oder? Genau, da kann man sich dann die klassischen Kreativmethoden schnappen. Also die Kopfstandmethode eben, wie kann ich die Situation noch stärker verschlimmern und dafür sorgen, dass Mutter und Kind die schlimmste Zeit in ihrem Leben haben, um daraufhin dann Lösungen zu entwickeln. Oder eben so eine Ideenevolution, man schreibt sich still im Team Ideen auf, gibt den Zettel weiter und mit der Anweisung die Idee extrem zu übersteigern. Da ist auch eben das Wichtige, dass man hier eröffnet, sich selbst keine Schranken, keine Limitierung gibt, sei es Budgets oder Normen oder Gegebenheiten, dass man wirklich auf der weißen Leinwand loslegt, runterskalieren und eine Idee in die Machbarkeit bringen, muss man dann sowieso, in dem Schritt sollte man wirklich total freidrehen dürfen und dafür sorgen, dass das Team auch offen genug ist und das Handy mal zur Seite legt. Und da helfen dann auch oft so Bildimpulskarten oder Assoziationen als Gedankensprungbrettereien geben. Also wie zum Beispiel, wie würde die italienische Mafia mit so einem Problem umgehen? Einfach so random Stuff reinwerfen. Darf ich mal eine ganz verrückte Frage stellen? Glaubst du, es gibt nicht kreative Menschen, also die mit diesem Prozess ein Problem haben und einfach keine Ideen haben? Also es gibt Menschen, die, also jeder Mensch ist in der Lage, Ideen zu entwickeln oder Gedanken oder Lösungen. Das kann jeder. Manchen hilft dabei der Druck, der zeitliche Druck. Manche tun sich damit schwer und blockieren, aber es ist noch nie in einem Workshop jemand ohne eine Idee rausgegangen. Und selbst beim mittelständischen Mittelmanager in Mitteldeutschland, die schaffen das alle. Und wenn man dann auch so den Zungenschlag mitgibt, dass diese kurze Zeit eben, also das habe ich vergessen zu erwähnen, bei dem Kreativprozess hilft es an manchen Stellen, mit wirklich ganz wenig Zeit zu arbeiten, also den Teilnehmenden eine Minute zur Verfügung geben, eine Lösung zu entwickeln. Das soll den Druck nehmen, die besonders clevere, besonders gute Idee zu entwerfen. Das, was im Kopf ist, aufs Papier bringen. Und dann schafft man es auch, die Idee auch ziehen zu lassen, verliebt sich nicht zu sehr drin. Oder wenn man eine halbe Stunde Zeit für eine Idee hat, traut man sich dann vielleicht doch nicht mehr, die Idee zu äußern, weil sie vielleicht in der halben Stunde gar nicht so gut geworden ist. Aber innerhalb von einer Minute kann alles raus. Und da ist immer was dabei. Und wenn man selbst, wenn man die eigene Idee nicht gut findet, wenn man die dann auf den Zettel schreibt und mal in der Runde weiterreicht, vielleicht löst es ja bei einem Teammitglied was aus. Es ist genau das, was ich auch persönlich extrem an dieser Methode mag, dass man sich nicht so verliebt. Weil wir ja auch, wenn man jetzt aus dem Bildungsbereich spricht, gerne mal sich ein paar Tage an den PC setzt und ein Konzept zum Beispiel irgendwie entwickelt und runterschreibt. Und man dann natürlich immer, wenn man das dann seinen Kolleginnen vorstellt, versucht es zu verteidigen. Aber man ja schon so viel Zeit da irgendwie rein investiert hat. Und diesen Ansatz auch zu übertragen auf andere Lebensbereiche, finde ich total spannend zu sagen, nö, ich nehme mir jetzt mal bewusst ganz wenig Zeit, nur gebe es sofort dann ins Team und man guckt, was im Prinzip mit dieser Idee dann eigentlich passiert und investiert erstmal in diesen Ideen-Entwicklungsprozess gar nicht so viel. Das heißt, es gab eigentlich für dich noch nie den Fall, dass ihr keine Idee hattet? Also es gab natürlich den Fall, dass vereinzelt Leute mal bei einem Methodenschritt vor einem weißen Template da saßen. Das ist dann aber im Promille-Bereich, sage ich mal. Und auch das lässt sich auffangen. Und meistens arbeitet man ja nicht nur mit der einen Kreativmethode, es bietet sich an, ein ganzes Set an verschiedenen Denkmodellen zu benutzen. Und bei diesen unterschiedlichen Denkmodellen ist immer was für jeden Denktypen dabei. Es gibt dann auch Schritte, wo man sich auch mal mehr Zeit für eine Ideenentwicklung nehmen kann. Und ja, so kommt man immer mit Ideen raus oder mit Lösungen. Wenn man auch eine gute Wie-können-wir-Frage gestellt hat, da ist auch wichtig, dass alle im Team die Fragestellung verstanden haben und auch die Relevanz der Fragestellung verstanden haben. Deswegen auch immer gut und wichtig, das ganze Team mit durch den ganzen Prozess mitzunehmen. Also im Beispiel, wenn man ein digitales Produkt entwickelt, nimmt man am besten Fall auch wirklich mal den Entwickler mit zu einem Zielgruppen-Interview, damit der Entwickler oder die Entwicklerin auch mal gehört hat oder versteht, auf welchem Problem jetzt das Briefing besteht, was umzusetzen ist. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, also wir haben ja jetzt einen Riesensack, im besten Fall, voller Ideenansätzen. Wie gehen wir jetzt damit um, ohne dass uns das total übermannt? Überfraut. Überfraut, sehr schön. Ja, also da ist auch wieder ähnlich wie beim Problem zuspitzen, gemeinsam draufschauen und sich auf eine Priorisierungsmethode einigen. Das kann natürlich, kann das so sein. Also im besten Fall ist man von einer recht rohen Idee zu etwas Konkreterem gekommen, also eine Idee, die mittlerweile schon so konkret ist, dass man ihr einen Projekttitel geben kann und eine Kurzbeschreibung und vielleicht auch eine kleine Skizze, dass es so auf, die Idee auf dieser Ebene ist und ein bisschen mehr als nur ein Einzeiler quasi. Und dann für mich am hilfreichsten so die Priorisierung nach Impact bei der Zielgruppe, also wie hilfreich wird die Zielgruppe diese Idee finden und ja, wie realistisch oder wie schwer ist es, diese Idee umzusetzen. Und da wird dann schon relativ klar durchgesiebt, wenn man dann auf den Quadranten schaut, sehr hoher Wirkungsgrad bei der Zielgruppe und geringe Komplexität in der Umsetzung oder eben locker easy machbar, dann sollte man sich dann auf dem Cluster mal umschauen, was da so los ist und die Ideen dann einen Schritt weiter nehmen. Einen Schritt weiter mitnehmen. Wo gehen wir denn dann hin, diesen Schritt? Dann gehen wir jetzt auch wieder Hypothesen und Annahmen sammeln, aber diesmal nicht eben Hypothesen und Annahmen zu den Problemen, die die Zielgruppe hat, sondern Hypothesen und Annahmen, was findet die Zielgruppe an der Idee gut? Was ist so das wichtige Momentum? Wenn wir sagen, wir finden einen Nachbarschafts-Clown oder in jedem Häuserblock gibt es einen Nachbarschafts-Clown, der zwei Stunden in die Wohnung geht und … Das ist Corona. Ah, okay. Aber vielleicht kommen wir auf den Hof oder so. Nein, genau. Der immer im Häuserblock, der ganze Häuserblock spielt zwei Stunden am Tag ein Spiel über die Balkons, okay, es ist Winter, über die Fenster. Das ist natürlich eine Lösung, die funktioniert im Warmen. Aus dem Fenster raus, der ganze Zeit. Alle Kinder im Häuserblock haben zwei Stunden den größten Spaß ihres Lebens, weil sie vielleicht eine semi-digital-analoge Anwendung haben über ihre Handys, über die Wohnblöcke hinweg. Sie können sich zuwinken, aber sie können auch eben Dinge auf ihrem Bildschirm tun. Da würden wir jetzt … Also das ist jetzt auch wieder sehr schnell gefreestyled. Nehmen wir mal an … Wir können machen, was wir wollen. Wir gehen mal davon aus, darauf hat sich jetzt das Team aligned, dass wir sagen, das ist die Idee, wo wir glauben, da steckt am meisten Musik drin. Würden wir jetzt schauen, was sind eigentlich die Elemente und die Bestandteile, die diese Idee so besonders reizvoll machen, um dann zu schauen, wie lassen sich diese Bestandteile erlebbar machen. Also wie … Da reden wir immer so von Prototyping. Also die Idee visualisieren, erlebbar machen, um zu schauen, bevor wir eben einen ganzen Häuserblock mit dieser Aktion überfallen, das erstmal im Kleinen testen und im Kleinen erlebbar machen. Und dafür hilft es, rauszufinden, was sind eigentlich die relevanten Teile an dieser Idee, wie und wie können wir unsere Hypothesen testen. Also diese Hypothese ist, wir glauben, dass Kinder, die im Lockdown in ihren Wohnkarreis sitzen, sich gerne am Fenster miteinander austauschen und dafür auch ein Handy nehmen würden. Das wäre so eine Hypothese. Und das könnte man vielleicht mit, ja, mal mit zwei, drei Kids probieren, die gegenüber wohnen. Und brauchen die irgendwas, um dieses Handy-Ding zu simulieren? Bauen wir denen irgendwas? Ich glaube, wenn da erstmal nur die Hypothese ist, wir glauben, dass die Kinder sich in ihrem Häuserblock überhaupt das Interesse haben, miteinander irgendwas zu tun, da reicht vielleicht auch die klassische Schnur mit einer Blechdose. Ja, und wenn man da vielleicht mal zu einem Kind geht und sagt, hey, wie fändest du es denn da drüben mit deinem Nachbarkind, das gerade auch nicht raus darf, irgendwas Lustiges am Fenster zu machen. Und wenn das Kind dann sich zwei Dosen abwäscht und die Angelsehne rausholt, dann wäre die Hypothese verifiziert. Okay. Sehr gut, die Dosenerbsen ausschwitzet und ein Telefon baut. Ja, cool. Okay. Gibt es dann noch einen Schritt, der dann folgt? Dann würde es tatsächlich darum gehen, mit der Zielgruppe die Idee zu vertesten oder den Prototypen zu vertesten. Und da spricht man auch wieder von eben der Gruppe 6 bis 12, um daraus dann die Hypothesen eben zu verifizieren oder falsifizieren. Und Design Thinking gilt ja nicht nur als nutzerinzentrierter Prozess, sondern auch als iterativer Prozess. Das heißt, es dürfen und sollen Schleifen gedreht werden. Wenn wir merken, okay, das Erbsentelefon war es gerade nicht oder das Dosentelefon war es gerade nicht, aber die Grundidee, dass die Kinder sich vernetzen möchten, besteht, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und machen halt vielleicht doch mal eine WhatsApp-Gruppe auf oder einen Twitch-Kanal oder wir probieren mal einen TikTok-Channel nur für diesen Häuser-Blog. und so geht man dann eben Stück für Stück vor und nähert sich eben dem finalen Angebot, was man den jungen Menschen oder den Müttern machen kann. Und ja, deswegen iterativer Prozess so. Da gibt es immer dieses Sprichwort, make sure you build the right it before you build it right. Entschuldigt bitte das Denglisch, aber ja, soll heißen eben, bevor wir jetzt sämtliches Budget auf die Entwicklung von einer App schmeißen, doch erst mal schauen, ob es die App überhaupt ist. Und kann es auch sein, dass man noch weiter im Prozess nach vorne springt, also irgendwie feststellt, vielleicht ist ja irgendwie die Zielgrube gar nicht die richtige gewesen? Definitiv. Man kann das merken, das haben wir gerade aktuell bei einem Thema in der Jugendhilfe, bei dem wir merken, wir wollen ein digitales Angebot für junge Menschen aus der Jugendhilfe entwickeln, hinstellen, sogenannte Care-Leaver oder Care-Receiver, eben junge Menschen mit Jugendhilfe-Erfahrung. Wir haben jetzt gemerkt, dass wir die Fachkräfte mitdenken müssen, dass wir nicht an den Voran vorbei müssen, nicht nur das, sondern wir brauchen sie aktiv bei der Einbindung, um das Angebot zur Zielgruppe zu bringen. Und da geht dann auch natürlich der Design-Thinking-Prozess nochmal von vorne los, indem man sich dann auch die Fragen stellen muss, welche Aufgaben haben die Fachkräfte zu erledigen oder die neue Zielgruppe und welche Pains und Gains, also was nervt die und was würde denen das Leben eigentlich leicht machen? Ich würde mit dir gerne nochmal so von oben auf diesen Design-Thinking-Ablauf jetzt draufschauen. Was würdest du sagen, in Zeit gesprochen, was braucht man mindestens, um so einen Zyklus mal zu durchlaufen? Ja, in der klassischen Literatur ist immer so von der einen Woche die Rede oder diese fünf Tage. Um das Konzept Design-Thinking vermitteln zu können, könnt ihr auch mal nachschauen. Da gibt es auch so witzige Angebote, Design-Thinking-Dash nennt sich das, glaube ich. Ich schaue auch nochmal nach dem Link. Packen in der Mitte zu, ja. Genau, da kann man mal versuchen, oder nicht versuchen, das funktioniert, Design-Thinking, den gesamten Prozess in einer Stunde durchzulaufen. Funktioniert auch. Man kommt auch auf Insights, man kommt auf Ideen und man hat auch einen Prototyp, auf den man sich Feedback geholt hat. Ich glaube auch, wenn man es ernst nimmt und Schleifen dreht, aktuell befinden wir uns in einem zweimonatigen Zyklus, eben der, also bei unserem Angebot für die Jugendhilfe, arbeiten wir immer mit zweimonatigen Zyklen und mit jeweils immer NutzerInnen-Tests alle zwei Wochen. Genau, also das muss dann jedes Team, jede Organisation muss da so ihr Zeitbudget natürlich selber verwalten. Klassisch sind es die drei bis fünf Tage. Und kann man auch einzelne Bereiche sich da rauspicken oder macht das nur Sinn so im Gesamtzusammenspiel? Ich glaube, wenn das Team eingespielt ist und wenn auch, wenn eine Organisation an der gleichen Zielgruppe arbeitet oder auf eine Zielgruppe ausgerichtet ist und jedem im Team klar ist, was eigentlich bei der Zielgruppe los ist, kann man sich auch mal so einen Research-Teil sparen, weil die Arbeit gemacht wurde oder weil es halt Tagesgeschäft ist, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Kommt auch immer darauf an. Ja, also natürlich, bevor man was prototypt, braucht man natürlich erstmal eine Idee, was man prototypt. Aber ja, also der Aufbau macht schon so Sinn, sich von eben dem intensiven Beschäftigten mit der Zielgruppe eben zum Problem zu spitzen. Ja, wenn die Organisation das vorher schon geleistet hat, kann man die anderen Teile auch immer mal rausgelöst machen. Und ich sage mal so, besonders eben die Kreativmethoden, der Kreativprozess, das funktioniert immer. Das kann man auch mal, ja, zu Hause bei der Urlaubsplanung auch mal probieren. Oder vielleicht gemeinsam mit dem Kind mal kleines Brainstorming machen, was denn im Urlaub passieren soll. Sehr gute Idee, ja. Und dann kann man das gleich mal testen, wie gut das dann ankommt bei allen Familienmitgliedern. Genau, und vielleicht bevor man im Dschungel nach Südamerika sich aufmacht, vielleicht erstmal kurz einen Tag lang im Zoo versuchen, ob es immer noch so aufregend und spaßig ist, im kleinen Testen. Würdest du sagen, es gibt irgendwo Bereiche im Leben, wo diese Methode oder der Ansatz keinen Sinn ergibt? Also wo er sich nicht, wo er einfach nicht passt? Ich bin eben der Typ, der nur einen Hammer hat. Und für mich sind alles Nägel. Also ich versuche tatsächlich auch das Mindset oder die Haltung auch im Alltag, in der Beziehung oder mit Projekten, die jetzt nicht explizit Design Thinking erfordern, zusammenzubringen, weil es für mich einfach eine sehr schlüssige, logische Herangehensweise ist. Deswegen ist mir jetzt noch nicht unbedingt etwas, ein Thema begegnet, wo es nicht funktioniert. Das ist dann natürlich aber immer die Sache, Design Thinking wird immer dann als Heilmittel angepriesen, aber da gehört dann natürlich noch ganz viel mehr dazu. Organisationskultur oder wenn man wie im Bildungssektor oft in so einer Fördermittel-Logik drin hängt, kommt man da auch an Grenzen. Wie bist du eigentlich zum Design Thinking gekommen? Ich meine, wenn man diesen Design Thinking Prozess sich auch nochmal so von oben anschaut, dann ähnelt der oder ist der ja im Prinzip genauso von der Herangehensweise, wie man als Designer Sachen entwickelt. Am Anfang guckt man sich irgendwie die Fragestellung oder das Problem erstmal an, dann überlegt man sich so ein paar Ideen, dann guckt man, dass man die mal so austestet und entscheidet sich dann irgendwie für eine Lösung. Das heißt, es ist vielleicht durchaus auch naheliegend, dass du als Designer zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Aber vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen deine persönliche Geschichte dazu erzählen. Ich habe Design studiert. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Aber die eigentliche Relevanz oder das Verständnis von Design Thinking kam später erst in der Arbeit, als ich eben bei einer kleinen Agentur für Innovationsstrategien angefangen habe. Dann kam mir erst mal so diese Frage, warum sind jetzt hier diese ganzen Schlipsträger und reden von Design? Ich habe doch Design studiert. Und dann ist mir erst mal auch so klar geworden, dass das Designstudium im größten Teil sehr auf, wie ich es erlebt habe, sehr auf Buchstabenabstände und Farbklima und Moodboards sich abnördet und abarbeitet und weniger den Prozess vermittelt. Also ich erinnere mich, wir hatten dann einmal ein Modul, wo wir einmal diesen Prozess durchgegangen sind, das aber auch mal gar nicht so klar kommuniziert, sondern einfach gemacht und war auch spannend. Der Rest vom Studium wird, da wird dann aber eben über Buchstabenabstände diskutiert. Das kommt natürlich immer darauf an, ob man es beim Produktdesign, wahrscheinlich sollte es noch ein bisschen anders sein, aber selbst bei meinen Kommilitonen, Kommilitoninnen vom Produktdesign habe ich nie jemanden mal eine Research-Phase machen sehen. Ich habe nie jemanden von NutzerIn-Interviews sprechen hören. Ich glaube auch, die Design-Unis und Hochschulen, die ich so kennengelernt habe, die hängen doch sehr noch an der Gestaltung fest und weniger an dieser Power, die der Prozess eigentlich entfalten kann. Ja, und deswegen, das mussten dann erst, so neoliberale Agenturen-Menschen ausbuddeln und entdecken, bis es dann mal wieder zu mir gekommen ist. Genau, diese Frage habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob ich sie fragen sollte oder nicht, weil ja durchaus der Design-Thinking-Begriff sehr verschieden bewertet wird. Für die einen ist es irgendwie der neueste heiße Scheiß aus der Großstadt, für die anderen ist es neoliberaler Quatsch. Was begegnest du da oder was ist so für dich deine eigene Haltung? Ja, also ich habe dann auch so das Gefühl an manchen, an den, jetzt ist es so bei so einer Late-Majority angekommen, wenn man in diesem Modell denkt. Also ich sage mal so, wenn Fördermittel, finanzierte, ländliche Projekte, Design-Thinking-Workshops einkaufen, weiß man, okay, das Thema ist weit gekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn der Bildungsbereich plötzlich auf Design-Thinking kommt, weil das könntest du da auch einsetzen. Kann man auch sagen, dass da mittlerweile bei den ganzen digital innovativ, in dieser Branche, dass da auch schon mittlerweile so eine gewisse Müdigkeit einkehrt, genauso was auch so Scrum und Kanban etc. angeht. Da hat man sich jetzt dran abgearbeitet. Das wurde so als Allheilmittel angepriesen. Und dann merkt man, dass man dann doch noch arbeiten muss hinten raus, dass nicht alles nur Workshops sind. Aber ich glaube an die Kraft und an die Relevanz von dem Prozess und von dieser Haltung und besonders eben auch in Bereichen, die davon nicht profitieren konnten, weil sie einfach die Tagessätze von Coaches sich nicht leisten können oder wollen. Besonders hilfreich im Bildungssektor oder im gemeinnützigen Bereich oder selbst bei Stadtverwaltung, denke ich mal, es ist nicht vergeudet, das mal kennengelernt und versucht zu haben. Ich finde auch, das sollte eigentlich auch mal mindestens ein Projekt oder ein Unterrichtsfach werden, so an Schulen. Ja, spannend. In den Schulen soll ja so ganz viel passieren. In unserem speziellen Fall geht es ja ganz viel auch um Medienbildung. Inklusion ist ein Riesenthema. Aber ich glaube auch, wenn man an die großen Probleme unserer Welt da draußen auch denkt und dann wieder zu dem Eingangsproblem eigentlich zurückkommt, wie kann man irgendwie so komplexe Sachen auch irgendwie lösen? Dann kann zum Beispiel so ein Design-Thinking-Prozess ein Ansatz sein. Würde das tatsächlich sehr, sehr gut zusammenpassen? Dass man es gar nicht so als Inhalt sieht. Wir lernen jetzt irgendwas über Umwelt und Umweltschutz, sondern als ein Methodenwissen letztlich für Dinge, wo ich sowieso glaube, dass wir davon auch zu wenig eigentlich in so formalen Bildungssettings, also wie Schule, haben, dass wir einfach mal lernen, wie man etwas machen kann, nicht nur Wissen letzten Endes aufbaut. Und da passt das total gut zusammen. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt am Ende angelangt tatsächlich. Ich danke dir sehr für diesen spannenden Einblick, den wir jetzt durchgespielt haben mit unserer Mama im Blog, wie du schon so schön sagtest. Ich überlege auch, ob wir das Ganze noch zu einem Ende führen sollten. Nö, wir haben eigentlich gesagt, wir brauchen irgendein Interaktionselement, du hattest gesagt, so von Fensterscheibe zu Fensterscheibe innerhalb des Blocks, zwischen den Kindern. Das könnte ein ganz guter Ansatzpunkt sein. Und vielleicht, ja, kann man das auch niedrigschwelliger denken, dass man das gar nicht mit einem digitalen Device macht, sondern, keine Ahnung, mit Zettelchen am Fenster und dann man verschiedene Nachrichten schickt und Bilder an die Fenster heftet oder solche Sachen. Den Ansatz finde ich sehr schön. Vielleicht ist er für ein paar von euch Inspiration gewesen. Ich danke dir an der Stelle sehr, Hannes, für den Einblick ins Design Thinking. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ja, beschäftigt euch mit Design Thinking. Schaut es euch an, versucht es einfach mal selber und fragt bei Jürtis oder mir nach, wenn ihr Fragen habt. Genau, so machen wir das. Und all die Links, die du versprochen hast, die packe ich auch in die Beschreibung und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020